Willkommen zu unserer vierten Folge über William Burroughs, einem einflussreichen amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der die Beatpoeten beeinflusst hat, der Heroin popularisiert hat, unter anderem der einen prägenden Einfluss auf die amerikanische Kultur hinterlassen hat und tatsächlich erst in den 90ern gestorben ist, was ihn enorm spannend macht als Zeitner Figur. Heute übernimmt Jonas die Hauptmoderation und ich und Mimi beschränken uns darauf, unnütze Kommentare einzuwerfen. Hallo, ich beschäftige mich heute ein bisschen mit Burroughs oder wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit Burroughs. Ich würde zuerst die Biografie ein bisschen vorstellen, sein Lebenslauf, was schon sehr spannend ist. Er hat in vielen verschiedenen Ländern gelebt, dann noch auf Aspekte seines Werkes eingehen, die bisher weniger berücksichtigt worden sind, aber dennoch für die Interpretation wahrscheinlich nicht unwichtig sind, wahrscheinlich sogar essentiell, seine Spiritualität, sein Glauben.